oh scheiße hier ist auch herr ist es wirklich tot du bist gerade gestorben nein wirklich ja wenn wir gar nicht aufgefallen bei dem hat sich gefressen wurde das kriegt ein geschenk wo liegt denn jetzt der andere gibt es ja sowieso nicht erreichen weil gerrit und toto mitspielen und nicht mal wissen wie die tastatursteuerung ist und dann irgendetwas sagen können ein andeuten können oder sonst irgendwas daher panzer auch toto ich weiß auch nicht dass ein panzer kommt was macht der panzer im spiel hat er mit dem sperr mich getötet der gerade in der hand ich weiß es nicht sein scheiß feuerzeug wie deine hand wenn ich das schon sehen kann es eigentlich einfach drauf als du hast ja doch auch so nett ist nur tatsache bitte ich habe gesagt ich finde das nicht guck mal was habe ja die witte keine ahnung die beine schön über die nacken wo sind mein her damit toto gib meine snickers wieder her meine riegel die hast du mir geklaut ich hatte drei stück kann man das jetzt essen hier hallo happy hour ja ich bin auch tot wieso brenne ich jetzt habe ich habe die ich habe einen körper in den folgen zum verbrennen und dadurch ist das floß aufs land gesprungen vielleicht kann ich das zurückschmeißen auch nie was auch flachmänner bist du was ist das denn bierdosen oh schüsse hätte ich jetzt nicht gehört okay warte wo sind die fachmänner alle türen zu wo seid ihr denn schon wieder das sind kerzen also du kennst doch nicht mal den unterschied zwischen eine bierdose sieht aus wie eine bierdose damit ja eine bierdose mit dem dort hier eine bierdose kann ja auch eine karlate was machst du bei dem im arsch die hängt da im kopf drin aber volle pulle warum du musst gereinigt werden und gucken ob da was ist was soll denn das sein wow toll was habe ich jetzt in hand oder wie episches rüstungsstück bernina siehst du leela neben deinen lebensfragen merkt mehr kriegt man von der nicht ne ne ok wow tropisch ja wir ist das rotz und wie siehst du denn aus wie seh' ich denn aus ja irgendwie iiiih iiiih du hast halt am arm nur ne warum hast die zerstörung von gebäuden erlauben ist aus pvp spielerschaden aus mhm dann hast du gekloppt die kriegt von von den Hillybillys. So wird's gewesen sein. Gerrit wird wieder gemobbt. Ja. Danke, Erkerkeks. Ich hab kaum noch Leben. Ich bin fast tot. Den gut an, ne? Ja, da geht's tief rein. Huh! Ja, der gehört nicht zu uns, ne? Ja, ich dachte gerade, wäre einer von uns hier. Auf einmal ist er im Grunzen hier so irgendwie... Oh, ich bin... Oh! Nein! Oh! Oh, oh! Ja, ich bin tot. Ich dachte, wäre der Totu. Hä? Der sah so aus wie du. Was macht denn der da jetzt? Leuchtet der da? Wanda, wie geht's dir? Ich hab heute gar nichts an. Danny, nicht dein Ernst, oder? Danny lichter sich auch nicht. Ach, wie tief. Witti, witti. Das sind wieder Storys, wa? Das sind wieder Storys. Musst du nicht Blumen gießen irgendwie? Hast du draußen keine Blumen, oder so? Hm? Wusst du nicht? Ne? Musst du keine Hummeln retten, oder so? Frag, wie's beim Ficken läuft. Fehlen immer noch zwei Koffer. Der Arzt. Aber ich find das gut. Ich find das echt gut. War direkt meine Wellenlinge. Mir geht's gut, Armee, dankeschön. Spielt ihr auch Story? Ähm, nee, nee. Oder vielleicht, mal gucken. Ähm, Baumstämme. Und achso, hier ist noch ein Kopf. Noch ein Kopf, brauchen wir. Ist das fertig? Warte, das ist doch so eine Olle. Toto? Ja? Alles gut bei dir? Ja, ja. Okay. So. Mal ein bisschen Holz rumgehen. Nee, komm, ich geh für dich holen, Toto. Hä? Du? Was macht denn die Olle hier drin? Was für eine Olle. Er hat schon wieder Besuch nach Hause gebracht. Wer? Du. Nee. Oh, oh, oh. Ihh, du kannst ja voll in den Schritt gucken. Stöckchen. Tjo. Mach die Tür auf. Ich hör was. Nee, ich. Hä? Oh, oh, oh. Was machst du denn da? Oh, sorry. Oh, sorry. Die schießen. Die schießen. Warte, das sind Bomben. Das sind keine Kugel. Ja, und da kann ja einer reinkommen hier. Aber so sieht uns jeder, ne? Ja. Ja. Ich geh in die Garage. Okay, wir lenken die ab und ihr kommt dann aus der Garage raus. Was? Du musst runtergehen. Wieso? Ist doch keiner da. Aber es kommt doch gar keiner. Ja, wer sagt denn, dass hier überhaupt einer hinkommt? Da ist einer. Wo? 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 Wie es sich duckt. Du bist doof. Was? Da ist eine.